Etwa 65 Kilometer elbaufwärts von Hamburg befindet sich die Stadt Pleckede. Im dortigen Elbschloss kann man sich in einer Umweltausstellung über die einzigartige Natur der Elblandschaft informieren. Eine besondere Attraktion ist die mit Unterstützung der Allianz Umweltstiftung direkt neben dem denkmalgeschützten Schloss errichtete Biberanlage. Zentrum der Anlage ist ein Besucherpavillon, in dem man auf Bildschirmen und Infotafeln Interessantes und Wissenswertes über das Leben der Biber erfährt und durch eine Glasscheibe sogar einen Blick ins Innere der echten Biberburg werfen kann. Neben der Biberanlage wurde in einer denkmalgeschützten Scheune das sogenannte Elbe-Aquarium errichtet. Hier sind in zahlreichen Becken und Aquarien die verschiedenen Fischarten der Elbe live und aus nächster Nähe zu sehen. Die Biberanlage und das Elbe-Aquarium im Elbschloss Pleckede. Zwei neue Attraktionen, die sich inzwischen zu touristischen Besuchermagneten entwickelt haben. Zwei strategien